Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Ich habe jetzt hier gerade mal die Karte aufgemacht und seht mal, was jetzt hier alles los ist. Hier haben wir einen unentdeckten Ort, hier haben wir einen unentdeckten Ort, hier haben wir den Legendenerzähler und hier ist diese kleine Insel, wo ich unbedingt hin wollte. Und dann haben wir hier auch noch eine Nebenquest. Was machen wir hier nun? Ich würde fast sagen, wir machen als erstes mal diese kleinen süßen Fragezeichen und schauen uns in der Zeit auch mal das Dorf etwas genauer an. Kann das sein, dass das, ich würde fast meinen, dass das hier so ein Dienstbums ist, wie heißt es? Bambus, Bambustrainingsgerät. Ach nee, Fuchsbau. Hallo. Hier ist ein kleiner Fuchsbau gewesen. Laufen wir mal dem Guten hinterher. Okay. Ich glaube, der Fahrer scheißert uns. Okay. Du bringst uns jetzt aber nicht zu dem anderen Fragezeichen, oder? Das wäre doof. Ich habe mich schon so gefreut, dass ich zwei Fragezeichen habe. Ach, hier ist er. Oh, noch einer. Ich will ihn streicheln. Hast du fein gemacht. Fein, 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 fein. So, hast du ein feiner, hast du ein feiner, feiner, feiner. So, jetzt wollen wir zum nächsten Fragezeichen natürlich. Das ist direkt hier in der Nähe. Gucken, was wir hier haben. Aber der Vogel, führt der uns auch schon dahin? Ich weiß es nicht. Müssen wir vielleicht wieder rein. Wir gehen erstmal wieder rein. Da ist ja auch ein Fallensteller drin. Da auf die Insel gehen wir natürlich auch. Hä, bin ich jetzt am Eingang vorbeigelaufen? Nee. So, die Asamo-Bucht. Hat hier jemand von euch noch eine Quest für mich? Das ist euch Zufall. Ich bin jetzt, äh, ich nehme mir das gern an. Gehen wir es mal schnell zum Fallensteller. Hi, na? Windglocke, nee, Feil. Raubtierfell. Feilkapazität. Hm. Munition und Ressourcen, nee. Wartet, dann machen wir doch hier. Feil. So. Ach, da oben. Oh, was gibt's denn da? Können wir da etwa sinieren? Hä? Bambusstangen. Ach, ich wusste es doch. Jetzt geht's wieder los hier. Äh, ja. Tasten. D-D-L-L1. Okay. Nächstes. Okay. Nächstes. Ah, Mist. Okay. Ah, bei dem einen war ich zu langsam. Ah, meine Finger. Oh, jetzt hab ich mich, glaub ich, verdrückt. Ah. Okay. Gut. Oh, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir müssen ja ein bisschen aufräumen. So, jetzt haben wir eigentlich hier wunderbar alles gemacht. Jetzt könnten wir eigentlich tief vergrabene Ehre machen mal die tief vergrabene Ehre jetzt hier. Wow. Wo ist er, der Gute? Da ist er. Okay. Okay. gut. Das war's für heute. Tief vergrabene Ehe. Okay, dann suchen wir das mal, das Gewünschte. So, untersuche das Haus am Friedhof von Asamo. Okay. Die müssen wir auch rüberlangen. Aber ich glaube, wir haben echt alles schon eingesammelt. Und doch, was werden die hier wahrscheinlich nicht hinlegen? Friedhof von Asamo? Mal ganz kurz auf die Karte gucken. Achso, okay. So, wir sind doch meistens oben und in Terrassen aufgebaut. Schön hier. So, ich gehe mal davon aus. Ich hoffe, dass das hier irgendwo ist. Achso, okay, dann schiebe ich mal da vorne. Warte mal, wir machen was anderes. Wir ziehen uns erst mal um. Damit wir die Karte schön aufdecken und auch nichts verpassen. So. So. Und? Oh, es ist immer wieder, du bist verdammt. Ich muss mehr Kunis verwenden. Ach, Mister. Die sterben sind doch einfach. Was soll das denn hier? So. Hier gibt es aber auch immer eine wunderbare Zirpen der Grille. Wo haben wir die Zirpen der Grille? Ach ne, die habe ich scheinbar schon mitgenommen. Mist. Die stand hier, glaube ich. Mist. Okay. Wir sind da oben lang, oder was? Ach, da oben ist das Häuschen. Gut. Da vorne saßen meine Blumen und die nehmen wir natürlich auch mit. Oh, okay. Okay. Mhm. Okay, gehen wir mal rein. Ich würde schon sagen, das sind aber runde Eier, aber so rund sind die gar nicht. Wir sollen uns erst mal verstecken gehen. Dann verstecken wir uns mal. Dann verstecken wir uns mal. Okay. Okay. Wir tun uns mal so. Wir müssen nach dem einen Niemmer. Wir gehen mit dem einen Knopf. Das ist fast. Wir gehen mit dabei. Danke. Warum kommen wir an? Darf ich an? Wenn man bei mir zum Beispiel, dann bitte auf mich. Ich habe mich nicht gefunden. Hey, hast du gehört? Das ist ein Motorrad. Oh, okay. 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 Die laufen aber komisch unten. Was ist das denn? Lass uns von Kaidoi entfernen! Was ist das denn? Wir sind doch jetzt im Kreis gelaufen fast. Wir sind doch jetzt im Kreis gelaufen fast. Was ist das Krapchen? Was ist das Krapchen? Nein, ich bin das Krapchen. Okay, das ist gut. Er hat sich nicht mehr vom Krapchen, und dann wird das Krapchen. Das ist nicht möglich. Das ist ein Krapchen. Ich weiß nicht, dass wir die Krapchen. Das ist kein Krapchen. Es ist ein Krapchen. Das wäre gut. Das war der Krapchen. Wir werden die Krapchen von Krapchen untertitel. Sie haben einen Krapchen, aber es hat keine Krapchen zurückgegeben. Ich weiß, wie es gut ist. Ich habe das große, was in der Kirche von Stöhnen. Ich kann nicht mehr nehmen. Komm! Komm! Was ist das? Wir haben alle hier? Ich habe hier nur noch einen Stadion. Ich habe es gut. Gut. Es ist noch welche. Ah, da oben. Okay. So, haben die jetzt hier oben noch jemanden kalt gemacht, dass ich eventuell was einsammeln kann? Hm. Oh. Mehr Vorräte. So, den haben wir schon. Okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Windglocke. Gut. Das war ein, was wir von Mokko entfernt haben, oder uns die Familie weggebracht haben. Wir sind nicht immer im Moment? Das heißt. Ich habe einen Schwenker zu kaufen, oder? Das ist nicht wahr. Ich möchte nicht mehr Geld, Mokko zu verlassen. Ich möchte mich für die Hilfe von Mokko vor. Ich will mich für die Hilfe. Ja, hoffentlich sind sie alle sicher. Stora ist ganz stolz. So, wenn wir einmal unser Sora da haben, werden wir mal hier durchschreien. Wir sind immer noch im Regnen. Ich spüle den ganzen Schmutz der Mongolen weg. Nein, ich will nicht, dass du mir irgendwas erzählst. So. Irgendwie glaube ich nicht, dass uns hier noch irgendwas machen will. Da vorne ist dann unser nächstes. Ach nee, das ist ja gar nicht. Aber ich wollte eh zu der Insel. Mal schwimmen. Ich will mal gucken, ob das geht. Vielleicht gibt es ja da auch was. Sie sieht so nah aus. Mal gucken, was es da gibt. Oh, eine kleine Glühbirge. Was gibt es hier? Gibt es irgendwas? Gibt es hier echt nichts. Hallo, der Herr. Äh, ne, die Dame. Oh, fehlt mal wieder ein Banner. Ich habe schon ewig keinen Banner mehr gefunden. So, okay. Dann haben wir diesen Banner. Es ist normal, dass die Mongolen nicht zurückkommen und diese Bucht wieder einnehmen. Man sieht ja sehr voll, dass gut der gute Stamm kommt. Und ich weiß nicht, ob die Dorfbewohner sich so gut verteidigen können. Das weiß ich nicht. Ach, da vorne sind wir Pferdchen. Ich sag mal, hoppst du schon auf dem Bauch oder schimmst du noch? Tada. So, machen wir hier noch mal was? Nee. Ach, wir hätten wahrscheinlich oben raus reiten sollen. Unten kommen wir nicht weit mit unserem Zoo, oder? Oder geht das? Doch, es geht. Haben wir es vergessen? Nee. Kleiner Krebs. Wiedersehen, Asamu-Bucht. Du bist nun befreit. Da ist die Insel. Da wollen wir hin. Oh, ist er da. Pfeile haben wir noch. Pfeile brauchen wir nicht. Das hat er vor Wochen Außenposten hier. Haben wir doch schon eingenommen. Ja, nee, verworrene Kreuzungen, nicht Außenposten. Hey, wo ist die Insel? Einer überlebt natürlich. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ist das eigentlich, ist es das hier? Das ist doch jetzt unser Begehr, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, doch, das ist unser Begehr. Pferdchen. Da vorne ist unsere Siegesäule vermutlich. So, wie kann man hier direkt hinreiten, oder was? Das ist ja super. Wo, Vakuus Insel. Säule der Ära. Gucken wir mal ab. Gucken wir mal, was es hier gibt. Dankeschön, lieber Vogel. Dämmerungsuni. Bei dem Einbruch der Nacht folgt der Tod. Oh, das will ich haben. Das sieht cool aus. Öh. Äh. Nee, das hier will ich haben, bitte. Wow, das gefällt mir echt gut. Da hat sich doch mal die Säule hier gelohnt. Ja, äh, hm. Die hatten sie nicht ganz so richtig. So, reiten wir wieder zurück. Gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Jetzt sagen wir mal als nächstes mal links unten die Nebenquest. Bevor wir uns hocharbeiten zum Schmied. Hören wir jetzt die Tracht des Reisenden an. Das heißt, wenn wir hier überall rumreiten, dann geht die Karte immer ein bisschen mehr auf. Durchs Geäst. Was war denn jetzt los? Aus der Luft gehackt. Ich habe aus der Luft heraus einen Attentat gemacht. Versorgung verfügbar, okay. Äh. Ach, es war nur zwei. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020